Kann das Baby gleich nach der Geburt gestillt werden? Ja, denn besonders in den ersten Stunden nach der Geburt gehen viele Babys ganz instinktiv selber auf der Suche nach der Brustwarze. In den ersten Stunden wird auch schon Kolostrum, die sogenannte Vormilch, abgesondert. Und die Babys sollen eigentlich gleich daran lernen, saugen, schlucken und trinken zu kombinieren. Die ersten Tage können die Kinder im Krankenhaus bei der Mutter direkt im Zimmer untergebracht werden. Das wird Roaming-In genannt, damit sich die Stillbeziehung von Anfang an gut einspielen kann.